Zehnmal, okay. Aber du musst doch passen, dass es ein Offensive Player ist. Er spielt Fing, glaub ich. Er spawnt auf Level 10 rein. Ich geh nur viel. Was auch jetzt? Okay, Baby, ich hab dich schon draußen. Ich schon draußen. Ich geh einfach mal oben. Seine Profilbeschreibung ist ja... ... das Trigger. Der andere... Seine Maid ist auch schon draußen. Jetzt ist er alleine drin. Ja, warte. Komm, kill ihn wenigstens einmal. Er ist draußen.